Herzlich Willkommen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Ihrer Lieblingskuch Sendung Rita und Reto. Ich, ich bin Reto. Und ich bin Rita. Heute zeigen wir Ihnen etwas super mega feines. Wir fangen gerade an mit dem Fleisch. Schauen Sie sich mal das schöne Rindsfilet an. Mh, da läuft einem ja das Wasser im Mund zusammen. Apropos Wasser, ich bereite mal die Pommes du Chesse vor. Mach das, lieber Reto. Und wir schneiden in der Zwischenzeit von diesem Rindsfilet drei Medaillons ab. Etwa 2 cm dick. So, mh, das geht wie durch die Butter. Schön. Und die legen wir jetzt in die heisse Bratpfanne rein. Und braten Sie auf jeder Seite 1 Minute lang. In der Zwischenzeit schauen wir mal wie es dem Reto geht. Wie geht's Reto? Wie geht's ausgezeichnet, Rita? In der Zwischenzeit habe ich natürlich, wie ein Busybatter, vier grosse Höröpfel durchs Pass mit durchgeladen. Mit ein paar Tropfen Olivenöl und muss gerade zu einer feinen Masse verrührt. Die Masse da in der Dressiersack hinten und mache jetzt da feine Pommes du Chesse-Makrönen. So, und jetzt kommen die so in die Pommes. Und die Pommes du Chesse, die haben wir im Vorfeld schon mal vorbereitet. Oh, schön sind sie geworden. Kompliment. So, und jetzt kommen die da rein und schön, schön, auch vorsichtig, ja. Ja, vorsichtig, dass sie nicht kaputt gehen. Genau. Das ist fein. Ja, jetzt kannst du das Fleisch wieder tun. Schön, ja. Jawohl. So, gerade alle drei. Ah, das ist ein Duft. Ja. So. Schön. Wunderbar. So, Deckel drauf. Ja. Hat alles Platz. Maschine an und los. Ui, Reto gibt aber Vollgas. Ja, ja. Alles roger, Reto. Das sieht sehr gut aus, Reto. So. Das reicht. Mmh. Ah, das schmeckt. So. Das ist schon mal vorbereitet. So. Und schön, ganz schön dekorieren. Denken sie daran, man isst ja auch immer mit einem Auge. So. Dann noch ein Positikomplett. Voilà. Mmh. Wunderbar. Danke vielmals. Bitte. Einen guten. Einen guten. Mmh. Feine Wienerli am Ritzmedaillon beim Tuschesse-Äseri. Mmh. Einmal Wienerli. Immer Wienerli. Schaut jetzt in die nächste Woche wieder ein, wenn's wieder heisst... Rita. Und Reto. Mmh. 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 Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow.